Wir gehen über zum nächsten Vortrag und von der Gidata Software AG begrüße ich ganz herzlich den Herrn Fülle. Cyberangriffe auf Ihr Unternehmen und was jetzt, also welche Maßnahmen leiten Sie ein, wenn Sie Cyberangriffe auf Ihr Unternehmen verzeichnet haben? Wie reagieren Sie, was tun Sie? Erstmal Technik-Check, Ton passt, Bild passt, okay, die Bäuche sind auch voll vom Mittagessen. Ja, sehr schön, also es ist wohl, würde ich mal sagen, der perfekte Zeitpunkt, um sich hier mal eine PowerPoint-Schlacht anzusehen. Nein, Spaß beiseite, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier zu meinem Vortrag. Mein Name ist Andreas Fülle, ich bin Sales Engineer bei der Gidata Software AG, zuständig für die Region Süddeutschland. Bevor ich loslege, möchte ich mich bei der Organisation von der ITSA natürlich recht herzlich bedanken, dass Sie uns der Gidata im Rahmen so einer tollen Veranstaltung uns die Möglichkeit geben, uns zu präsentieren. Der Vortragstitel lautet Cyberangriff auf Ihr Unternehmen, was jetzt? Prinzipiell möchte ich Ihnen damit einige ganzheitliche Ansatzpunkte geben, wie Sie sich gegen entsprechende Attacken aus Cyberspace schützen können. Es bezieht sich nicht nur auf das Portfolio von der Gidata logischerweise, wir sind ein endpunktebasierter Hersteller, der seinen Fokus eben auf die Handpoint-Security liegt. Ich möchte Ihnen auch ganzheitliche Ansätze geben, fernab der Technologie. Es geht auch mehr so um organisatorische Ansätze, bei denen man sich im Rahmen eines Security-Managements auch Gedanken machen sollte. Ich werde Ihnen zu Beginn einige Statistiken zeigen, um Ihnen mal so grob einen Einblick in die aktuelle Bedrohungslage zu geben, speziell aus der Wallware-Umgebung logischerweise. Anschließend möchte ich Ihnen ein aktuelles Beispiel zeigen, aus dem Ransomware-Umfeld zeigen. Konkret handelt es sich dabei um die PTA-Ransomware. Es ist immer ganz interessant zu wissen, zu sehen, wie so ein Ransomware funktioniert und warum die so gefährlich sind. Anschließend habe ich auch ein kleines Video dabei, damit Sie einfach einmal ein Gefühl dafür kriegen, wohin sich das Ganze entwickelt hat. Wirfst so viel vorneweg schon einmal, vergessen Sie, sage ich einmal, diese jungen Hacker mit einer verbesserungswürdigen Körperpflege und einer ungesunden, weißgräulichen Haut, die ständig in irgendeinem Keller drin sitzen und Schadsoftware entwickeln. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir befinden uns immer mehr in einer organisierten Kriminalität, einer echten Schattenwirtschaft. Und der gilt es sich zu stellen. Lassen Sie uns über einige Statistiken reden. Also ich möchte hier anhand dieser Statistik wirklich einfach einmal anhand dieser Zahlen erleuten, wo die Entwicklung hingeht. Man sieht das Ganze, wenn man zurückdenkt, 2013, also neun Jahre zurück, wurden ungefähr 0,13 Millionen Wallware-Samples gelistet. Und wenn man das Ganze eben hochskaliert, merkt man, dass insbesondere bis heute, 2014 und 2015, die Zahlen exorbitant in die Höhe steigen. Wie das 2016 letztendlich aussehen wird, muss man sich anschauen. Werden wir dann auch entsprechend auswerten. Wichtig ist an dieser Stelle für Sie zu verstehen, aufgrund dieses exorbitanten Anstiegs, neuer Wallware, ist es immer fahrlässiger, auf bekannte, klassische Erkennungen in der AV zu setzen. Und wichtig ist es immer, auch auf intelligente Erkennungsmechanismen zu setzen. Beispielsweise gibt es da bei der G-Data den Behavior-Blocker oder die Exploit-Protection, die speziell auf Exploiting-Attacken von Zero-Dates-Exploits zugeschrieben sind. Die konkrete Statistik hier in dem Zusammenhang können Sie im G-Data-PC-Mallware-Report nachlesen. Und eine ähnliche Statistik in dem Zusammenhang haben wir auch für Android-Samples. Also stellen Sie sich einmal vor, so gut wie jeder von uns hat zwei Smartphones, eins zumindest, was er geschäftlich nutzt. Und hinterfragen wir uns alle einfach einmal, was sind denn dort für Daten hinterlegt. Also ich rede hier von kritischen Unternehmensdaten. Das mag von irgendwelchen E-Mails beginnen und geht weiter anhand irgendwelcher sensiblen Dokumente, wie Vertragsdokumente oder gerade im Personalumfeld, vielleicht gar Bewerbungsunterlagen, die vielleicht unverschlüsselt auf dem Smartphone rumliegen, weil ich an dieser Stelle kein Oberal-Device-Management im Einsatz habe. Und warum weise ich auf Android hin? Android ist mittlerweile eins der am meisten verbreitetsten Betriebssysteme, die es am Markt gibt. Ja klar, stellen wir uns mal die ganzen Tablets vor, die Smartphones vor, die ganzen Fernseher. Auf all solchen Geräten läuft ein Android-Betriebssystem. Und aufgrund dieser hohen Verbreitung ist es für die Angreifer natürlich ein äußerst attraktives Ziel, hier entsprechende Schadsoftware zu entwickeln. Auch für diese Mobile-Mailware-Reports gibt es entsprechende Auswertungen, beziehungsweise detaillierte Dokumente. In dem Fall natürlich nachzulesen, G-Data Mobile-Mailware-Report. Kommen wir nun zu einem ganz heiklen Thema. Es ist kein neues Thema, aber es ist immer noch aktuell das Thema. Ransomware. Da möchte ich prinzipiell erst einmal sagen, es gibt für Ransomware viele hunderte Familien und innerhalb dieser Familie gibt es wiederum mehrere hundert Derivate. Und die haben alle ihre Eigenheiten. Nahezu jeder dieser Ransomware hat seine Besonderheit. Und ich möchte hier einfach mal anhand eines Beispiels erläutern, wie Angreifer vorgehen. Es wird auch nur professioneller und was man dann dagegen tun kann. Zu Beginn hatte ich es schon gesagt, Petya-Ransomware, wie funktionierten die? Also, Angreifer hatten oder machen das heute noch, schreiben Personalabteilungen dieser Welt an und simulieren dort eine fiktive Bewerbung. Früher war man dazu in der Lage, anhand der E-Mail schon festzustellen, hey, da ist etwas Bösartiges. Diese E-Mails kommen in der Regel aus dem Ausland und die könnte man daran als schädlich identifizieren, weil sie in schlechtem Deutsch geschrieben waren, gebrochenes Deutsch, reklatante Rechtschreibfehler und anhand dessen war es schon möglich, diese E-Mails zu identifizieren. Hier ist es überhaupt nicht so. Da ist so gut wie kein Rechtschreibfehler drin. Kann man durchaus, also gerade als Personaler, wenn ich mir so Bewerbungen anschaue, würde ich da jetzt erst einmal überhaupt nichts Kritisches daran sehen. Was aber offensichtlich ist, heutzutage werden wohl Bewerbungen in eine Jobbox reingelegt. So nach dem Motto, mein lieber zukünftiger Arbeitgeber, meine ganzen tollen Zertifikate und mein toller Lebenslauf, die Dateien sind so groß, weil ich ja so kompetent bin, ich konnte dir das nicht alles schicken, das war dein Mail-Server, der hat es nicht durchgelassen. Aber lieber zukünftiger Arbeitgeber, ich tue dir ja einen Gefallen und lade das Ganze in die Jobbox hoch. Das Einzige, was du machen musst, du musst nur auf diesen Link klicken. Und es ist ja so, wir glauben ja nach wie vor noch alle an das Gute, deswegen klicken wir auf den Link drauf. Und auch hier sieht es erst einmal authentisch aus. Bitte, wirklich bitte lassen Sie sich nicht hier von dieser Dateiendung beeinflussen. Das muss keine .exe-Dateiendung sein. Da könnte auch eine PDF-Endung drin sein oder eine .x-Endung und dahinter ist ein Mark, wo das entsprechend ausgeführt wird. Also ich schaue mir die Bewerbungsunterlagen an, klicke darauf und dann kommt erst einmal ein Bluescreen an meinem Rechner. Was mache ich an dem Bluescreen? Ausschalten und wieder anschalten. So, und dann fährt mein Rechner wieder hoch und es kommt Checktisk. Toll, denkt man sich, ne? Ja, es wurde erkannt, dass eben das Betriebssystem unerwartet beendet wurde und dann läuft Checktisk automatisch schon los, um die Festplatte nach defekten Fragmenten zu untersuchen. Das ist ja super, denkt man sich. Ja, schön wär's, würde ich mal sagen. Diese Anzeige ist eine manipulierte Anzeige. Während dieser Counter hier nach oben läuft, wird im Hintergrund die Festplatte verschlüsselt. Also, das Fiese an der PTA-Ransomware ist folgendes. Die Ransomware ist dazu in der Lage, sich in den Master-Boot-Rekord reinzuschreiben und damit zu starten, bevor das Betriebssystem hochfährt. Und an dieser Anzeige fällt es einem zu Beginn vielleicht gar nicht auf. Ist dieser Checktisk durchgelaufen, halte ich hier freundlicherweise eine Meldung. Soll bitte irgendeine Taste drücken. Und ich halte hier freundlicherweise einen Hinweis, dass mein Rechner mit einem militärischen Grade an Verschlüsselungstechnologien verschlüsselt wurde. Wenn ich den Entschlüsselungscode erwerben möchte, kriege ich hier eine detaillierte Einleitung. Will heißen, laden Sie sich den Tor-Browser unter, surfen Sie diese oder jene Onion-Website an und dort wird Ihnen dann weitergeholfen. Nun gehen wir auf diese Webseite. Hier werden wir freundlicherweise hingewiesen. Ja, hey, mein Rechner ist verschlüsselt worden. Super. Richten Sie Ihren Blick mal um auf die Menüleiste. Sie kriegen hier einen Support, es gibt einen FAQ-Bereich. Sie können hier noch die Sprache abändern. Also Sie sehen, den Angreifern ist es wirklich daran gelegen, Ihnen einen ganz reibungslosen Ablauf des Geschäftes mit dem Entschlüsselungscode zu liefern. Also Sie sehen, das geht hier wirklich sehr professionell zugange. Und wo das Ganze hingegangen ist. Ich hatte vorher schon gesagt, vergessen Sie diese kleinen, halbstarken Hacker, die in irgendeinem Kellerraum sitzen mit einer ungesunden, weiß-träunlichen Haut, schlechte Körperhygiene, die werkeln da vor sich hinten. Nein, es ist eine echte Schattenwirtschaft, die dort am Laufen ist. Und diese Schattenwirtschaft bedeutet auch, dass dort hinten gut ausgebildete Menschen am Werk sind, die sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Und als BWLer kommt man das ein oder andere Mal in die Situation rein, dass man eben ein Produkt entwickelt und das möchte man verkaufen. Und das habe ich jetzt auf dem Darknet. Jetzt kommt nun ein Video, ich hoffe, der Ton wird korrekt abgespielt. Einfach damit Sie mal einen Einblick haben, wo die Reise bis heute hingegangen ist. Also Ton ist nicht da, ist überhaupt kein Problem. Sie sehen hier eine Plattform. Dankeschön. Dankeschön. Das sei einfach nur mal exemplarisch dargestellt. Also Sie sehen, das Ding ist marketingmäßig professionell aufgearbeitet. Sie sehen, Sie haben hier einen Anbieter, dort können Sie gefälschte Kreditkarten kaufen, Zero-Day-Exploits und falls mal ein Exploit nicht funktionieren sollte, kriegen Sie auch einen Support. Also die machen auch noch Bugfixing für Sie. First-Hand-Dumps, ja, also so einen Support wünscht man sich heute auch von seriösen Softwareanbietern, bieten die hier an. Das ist wirklich der Oberhammer in meinen Augen. Marketingmäßig professionell aufgearbeitet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also schauen Sie, sollten Sie sich in der Marketingbranche befinden und beruflich in der Zyklenüse eine neue Herausforderung suchen. Schauen Sie mal im Darknet vorbei, scheint ein Wachstumsmarkt zu sein. Jetzt haben wir uns das angeschaut. Wir haben Angriffstechnologien gesehen. Wir haben auch gesehen, was das Ganze für Ausmaße angenommen hat. Jetzt geht das Ganze einen Schritt weiter. Befinden wir uns mittlerweile im Peak? Geht das vielleicht zurück oder wird die Bedrohung vielleicht noch gefährlicher? Wir sind der Meinung, die Bedrohung wird definitiv noch gefährlicher. Denken Sie einfach nur an das Internet der unsicheren Dinge in Anführungszeichen. Stellen Sie sich vor, Ihr Zuhause mit den Jalousien, mit der Waschmaschine, mit dem Kühlschrank, die Autos mit Ihren Keyless Drives, wo soll die Reise da denn noch hingehen? Und ich sage Ihnen, all diese Systeme gilt es zu schützen an der Stelle. Und wie man das Ganze vollziehen kann, möchte ich anhand einiger Sicherheitskonzepte erläutern. Das allererste, bevor Sie sich irgendeine technologische Beschaffung tätigen, ist es wichtig, eine Art Masterplan zu entwickeln, was ich schützen möchte. Das bedeutet, ich kann nicht einfach sagen, ja, ich möchte alles schützen. Ist nicht drin. Ja, es wird unwirtschaftlich und es ist in der Praxis auch nicht machbar. Deswegen die Kernbereiche des Unternehmens definieren und da dafür die Verteidigungstechnologien abschneiden. Ein Notfallplan, was meine ich damit? Mit einem Notfallplan meine ich einfach Folgendes, auch wenn sich das hart anhört, immer vom Worst Case ausgehen. Was passiert, wenn eine wichtige Maschine verschlüsselt wurde? Was passiert, wenn ein wichtiger Virenbefall da ist? Und haben Sie dafür einen Notfallplan? Das ist erst einmal das A und das O. Wichtig ist auch, IT-Security nicht als Projekt, sondern als Prozess zu verstehen. Im Rahmen eines Prozesses ist es natürlich auch wichtig, diesen Prozess ständig irgendwelchen Evaluierungen zu untersetzen, einfach weil es darum geht, weil die Technologien immer raffinierter werden und sich weiterentwickeln. Security Awareness, ja, die Endanwender sollte man sensibilisieren, aber auch Sie, liebe Administratoren, liebe IT-Leiter, ist es wirklich vonnöten, dass jeder Admin globale Windows-Domain-Admin-Berechtigung hat? Einfach nur mal so hinterfragen, weil dann möchte ich auch schon in die technologischen Maßnahmen reingehen. Da geht es insbesondere um ein UAC, eine Netzwerksegmentierung. Das sind immer schon mal Punkte. Da muss ich mir technologisch in der Regel nicht zulegen, sondern diese Mechanismen werden schon mit Onboard-Mitteln von meinem Betriebssystem oder von meinen Netzwerkkomponenten abgebildet. Und da dazu mit einer vernünftigen Netzwerksegmentierung geht auf ein Firewall-Konzept einher. Und Stichwort vom Worst-Case ausgehen, Backup und Restore ist ein Riesenschlagwort. Backup, ja, kann jeder. Restore ist meistens immer das Entscheidende, wo das Ganze eben schief geht. Zu Beginn hatte ich eben schon gesagt, AV, ja, aber bitte nicht nur auf Signaturen verlassen, sondern setzen Sie da auch auf intelligente Erkennungsmechanismen. Insbesondere geht es da um Anwendungsumfeld, um ein Anwendungsgerätemanagement, gerade der Schutz gegen Bad und USB-Sticks. Patch-Management und Mobile-Device-Management. Denken Sie an die Statistiken von Beginn von meinem Vortrag. Und dann kriegen Sie da noch einen ganz guten Einbruch. Beim Patch-Management ist es so, dass ein Großteil aller Angriffe über Sicherheits- und nicht gepatchte Software durchgeführt wird. Und hier ist es einfach so, auch die Bedienung ist natürlich eine Frage, die Sie sich hinterfragen müssen. Wichtig ist auch, in einem Security-Konzept sich zu fragen, kann ich das überhaupt managen? Kann ich das Ganze selber betreiben? Also macht es nicht Sinn, sich entsprechende Services einzukaufen? Macht es nicht Sinn, vielleicht einen AV-Management-Server in einem Cloud zu betreiben? Macht es nicht, vielleicht sind wir nach einem PSA-Use-Modell das Ganze abzumitteln? Und da sind Sie bei der G-Data beispielsweise genau richtig, weil wir Launch-Partner der Microsoft Azure Cloud für Deutschland sind. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Ich bitte da um Verzeihung. Ich möchte Ihnen einfach noch einmal hier auf die Reaktiv-Maßnahmen eingehen. Wir haben bei der G-Data ein vollwertiges Tochterunternehmen, die G-Data Advanced Analytics, die darauf spezialisiert ist, Malware-Analyse zu betreiben. Reverse-Engineering zu machen und schauen Sie einfach bei uns am Stand da mal vorbei, wenn Sie dort weiterführende Informationen haben möchten, wenn es darum geht, im Nachhinein eine Attacke aufzuarbeiten. Hier in einem Fallbeispiel, in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen, wurde die G-Data Advanced Analytics als Sachverständiges Unternehmen von LKA Nordrhein-Westfalen beauftragt. Mehrere Informationen behalten Sie dann am Stand bei uns. Ich möchte meinen Vortrag nun hier mit einem Diktat von Dr. Paul Wixi von den Internet-Security-Days abschließen. Also, Sicherheit ist nicht irgendeine Art von Feenstaub, den man auf sein Potum steuern kann. Es hört sich zwar aufwendig an, aber man muss immer individuell nach Ihren Bedürfnissen gehen, nach Ihrem Security-Management und die eine Lösung kann ich definitiv nicht auf die andere replizieren. Damit möchte ich meinen Vortrag abschließen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke noch für die Karenzzeit und wünsche Ihnen noch eine sehr erfolgreiche Messe hier auf der Itza und ich würde mich gefreuen, wenn ich Sie am Stand bei uns begrüßen könnte. Stand 202, also im Prinzip hier den Gang runter und links. Dann sind Sie bei der G-Data. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet Ihr unter itsa16.qso4u.com Falls Ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet Ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für Euch vorbereitet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020